Als ich 1998 nach Hamburg kam, dachte ich mir eigentlich, dass es hier Beatles-Touren geben muss. Denn ich wusste, es gibt Beatles-Touren in Liverpool, es gibt Beatles-Touren in London und hier in Hamburg gab es eigentlich gar nichts damals. Ich habe mir die Orte alle selber zusammengesucht und dann irgendwann die Idee gehabt, selbst eine Tour zu machen. Ich habe an einem Tag einen Kegel-Club aus dem Dorf, am nächsten Tag die wichtigsten Hoteldirektoren Hamburgs oder amerikanische Bürgermeister. Also alle möglichen Leute waren mit mir schon auf Beatles-Touren und alle möglichen Leute in der ganzen Welt interessiert dieses Thema. Also die Fans sind immer noch da in der ganzen Welt. Für die Beatles-Geschichte ist dieser Laden sehr wichtig, denn hier hatten sie ihren allerersten Auftritt als The Beatles. Das Besondere an meiner Tour ist natürlich erstmal, dass es eine musikalische Tour ist. Das heißt, ich habe immer eine kleine Ukulele dabei und spiele den harten Rock'n'Roll auf der Straße mit Ukulele. Und die Tourgäste müssen alle mitmachen. Die Idee mit der Ukulele war sehr schnell geboren. Beatles-Fans wissen, dass die Ukulele das Lieblingsinstrument von George Harrison war. Ich fand die Idee sehr reizvoll, echte, harte Rock'n'Roll-Nummern auf so einem kleinen, zarten, hawaiianischen Instrument zu spielen. Sehr schön ist, auf den Touren immer zu sehen, wie Leute immer lockerer werden, die Stimmung immer ausgelassener und wir am Ende alle zusammen die großen Hits schmettern. Ich wohnte ja damals in der DDR und natürlich kamen wir an die Beatles-Platten nicht ran. Also es gab einen Schlüsselmoment. Und ich erinnere mich noch sehr genau daran. Ich war neun Jahre alt und mein Vater kam ins Kinderzimmer. Auf der Fensterbank stand ein Kassettenrekorder und er legte eine Kassette ein. Eine Beatles-Kassette. Ich erinnere mich, wie ich da stand, nach draußen schaute und She Loves You ging los. Mit diesem Trommelwirbel, mit der ganzen Euphorie, den plötzlichen Schreien zwischendurch. Und das war genau der Moment. Es war wahrscheinlich der Moment meines Lebens. Und es hat mich sofort gepackt und bis heute nicht losgelassen. So wollte ich selber dann auch Songwriterin werden. Meine ersten Songs habe ich dann mit zehn geschrieben. Und ich habe eigentlich nur angefangen Songs zu schreiben, weil ich meiner Liebe für John Lennon einen Ausdruck geben wollte. Meine ersten eigenen Songs waren alles Liebeslieder für John Lennon. Ich wohne auch selbst seit vielen Jahren auf St. Pauli. Für mich ist die Atmosphäre da immer noch besonders. Es ist eine echte Nachbarschaft. Die Leute kennen sich. Der Gemüsemann kennt dich beim Namen. Und die Menschen, mit denen ich da zu tun habe, sind viele sehr individuell, sehr kreativ. Viele haben noch einen sehr kämpferischen Geist. Und es war für die Beatles eigentlich im Nachhinein gesehen der ideale Raum, um sich auszuprobieren als Band. Um zu experimentieren, um einen eigenen Stil zu finden. Weil das weit weg war von zu Hause und weit weg von jeder Öffentlichkeit. Mir wird oft gesagt, was, du machst das schon so viele Jahre? Es ist für mich auch immer wieder ein Phänomen, dass ich das jetzt schon zehn Jahre lang mache. Meine Leidenschaft hört einfach nicht auf. Sie hat angefangen, als ich neun Jahre alt war. Und ich habe bis heute das Gefühl, auch immer wieder neue Sachen zu entdecken im Haus. Ich treffe immer wieder neue Leute. Und das macht die Tour, glaube ich, auch bis heute so frisch. Oder für mich auch immer wieder neu. Weil die Geschichte natürlich jeden Abend dieselbe ist. Aber sie eigentlich auch immer wieder neu belebt wird. Und jeden Abend neu inszeniert wird. All these places have their moments With lovers and friends I still can recall Some are dead and some are living In my life I love them all Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Vielen Dank.